Liebe Jutta, hier ist dein Bundesjogi. Wir möchten uns bei dir ganz recht herzlich bedanken. Auch du hast dafür gesorgt, dass wir so weit kommen. Der Manuel Neuer zum Beispiel, der war nur deshalb so motiviert, weil wir ihm ein Foto von dir aufs Zimmer gelegt haben. Du bist Germany's Next Top Spielerfrau.